Ja, das war schon Platin. Ah, what the fuck? Also bitte, äh, bitte. Bitte guckt meinen Stream und sagt mir, was ist gerade passiert. Wo bist du denn hingeflogen? Was ist passiert? Ich weiß es auch nicht. Bitte. Das war irgendwie... Suspekt. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mal, warum ich mich erschrocken habe. Oh mein Gott. Clap your hands, clap, 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 clap. Komm, klatsch nicht. Sehr motivierend heute mal wieder. Äh. Äh. Ich hinterfrage es einfach nicht, was... Hä? Was stand da im Weg? Was war da? War das meine eigene... Irgendwas? Ich habe heute meine unsichtbaren Ecken. Ja. Oh Gott. Hab mich überrascht. Okay, das war... Sehr unverteidhaft. Das war wirklich unverteidhaft. Das war wirklich unverteidhaft. Äh. Was war das denn? Äh. Was zum Geier ist passiert? Äh. Äh. Ähm. Aber ist was ist los? Äh. Äh. Ich hab auf die Viecher der bei dir geschossen. Äh. 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 Ups. Ich muss wieder... Oh Gott. 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 Du hast es bei mir voll mitgenommen. Oh Leute. Bei mir doch... Ey. Hallo Kevin, dass du mal auf die... Geht doch. Nicht Geld. Äh. Oh dacke. Nein, du hast es nicht Geld. Alter. Was? Alter, der Clip war das bitter Kevin. Wow. Oh, Knusse. Sonst. Ja zum Knusse ist okay. Ich verstehe einfach nicht wie äh... Hier Jugendliche oder andere Leute diesen Zustand haben können des Rausches. Wo man da einfach nicht mehr klar denken kann so alles. Ich hasse es wenn ich nicht mehr klar denken kann. Äh. Das sowieso nicht. Ich bin... Ich komm da wirklich... Ich komm absolut nicht mehr klar dann. Ja. Ich meine ich bin schon eine ruhige Person aber dann bin ich ja noch ruhiger. Also im echten Leben. Im Stream bin ich wahrscheinlich keine ruhige Person. Außer meine Stimme. Das ist was anderes. Du brauchst nicht zielen für... Nee, versuch drüber zu zielen. Zielen muss man nicht. Ja, dann weißt du warum man sich nicht heilen kann. Jetzt kann ich was machen. Es war gerade ein Cutscene theoretisch. Die Szene hat es komplett blockiert. Ja, genau. Die anderen Fahrstühle gingen nämlich. Okay, hier gibt es mehr als einen Weg. Ja. Ja. Ja, ich weiß was. Äh. 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 Was? Wieso kam der Schuss so schnell raus? Das hat mich jetzt irritiert gehabt. Das passiert mir doch sonst nie. Was? Ja. Lord, wo bist du? Ich hab betreut. Ich hab betreut. Irgendwo. Okay, Lord. Hey. Kannst du mal jemanden clippen? Ja bitte, clipp das mal bitte. Ich hab den Stream leider aus, weil sonst das Spiel bei mir so sehr ruckelt. Alles gut. Lord, mal gerade in den Backrooms. Es gibt ja noch genug andere, die theoretisch... Oh Gott. Nein, er holt sich die ganze Schlüssel von uns. Let's go. Hoch machen. Oh. 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 Firing my laser. Mein Lasoar. Mein Lasoar. Mein Lasoar. Mein Lasoar. Mein Lasoar. Hol das Lasoarau. Hey, Hiski. Sie wünschen. Was? Was? Anderes Spielers geht? Ja, tiefen Tief geht das. Es ist zu tief, Kevin. Zu tief, zu tief, zu tief. Jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Doch, noch. Scheiße. Okay, könnte man da drauf springen und es hat einem nichts gebracht. Und mich hier auf das Dach. Und dann durch das richtige Loch fallen und nicht durch das zweite. Hiski, mach du dem mal bitte kurz einmal Schaden. Ähm. Ich hab die falsche Lasse gedrückt. Kannst du können... Ich schieß doch. Ja. Ich schieß aber weiter. Ich schick dir schon ein, wenn es kann. Ja. Immer noch nicht. Skant. Siehst du das? Ich sehe, wie du schießt, ja. Pssst. Wie so laut. Ich bin grad kognitiv etwas eingeschränkt wegen der Erlebnisse in der Kiste. Was hast du denn erlebt? Ich hab mir die Mahlzeiten der letzten Tage noch mal durch den Kopf fliegen lassen. Der letzten Tage? Ja, war nicht viel, aber schmeckt trotzdem andersrum besser. Soll ich dir ein Stroheim geben? Dann kannst du es wieder aufsaugen. Ich hab ein Gewicht geh schon. Jungs, konzentrieren. Wieso siehst du das nicht? Da, ich werfe dich hin. Keiner von denen sieht das. Danke schön. Au, scheiß Pferd. Ja, das Spuckpferd. Au, scheiß Pferd. Au, scheiß Pferd. Scheiß Pferd. Kann ich mich nicht einfach hier hinstellen und der... Boah. Willst du mich bearschen? Dump. Warum? 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 Warum ist das passiert? Wie ist es? Wie ist es? Tu das bitte mal, Kleppen. 70.000 zählen so ganz nebenbei. Weil zweimal mir der Blitz einschlägt, weil warum auch nicht? Du bist... Äh... Buka. Bist du mir grad hinterher gesprungen, Lord? Nee. Ich geh grad drauf. Ich geh grad drauf. Hahaha. Padmei, du schaffst das. Hallo, geh hoch. Ich wollte da oben drauf bleiben. Warte, warte. Erstmal will ich wissen, was für eine Art von Spiel das ist. Und wenig Einsprecher. Also, ne? Hahaha. Ich möchte jetzt ungern als Pornostimme kennengelernt werden, ne? Hahaha. Ähm. Obwohl, hm. Weiß nicht. Würde meine Stimme dazu passen? Wow. Nee, nee, nee. Will ich jetzt auf den Wecker klicke? Das erinnert sich doch wieder irgendwas. Oh, ja. Bei der Mitte gehen wir zum Schluss. Ich glaub, der Mitte geht's nämlich weiter. Oh. Ja, kann ich was austesten. Okay. Okay, interessant. Okay. Schon gesehen, der hat sich gefreut. Warte, komm mal zurück. Aber warum denn? Komm auf den Boden. Direkt vor mir. Loll. Ich dachte, man sieht wohl den Schatten hier. Hahaha. Das sieht so witzig aus. Du musst mit dem Raketen mal hochschießen. Direkt vor mir. Okay. Commander, die Firewall ist unten. Ich bin drin. Bei den Geistern. Serberus hat den Auslöser gehackt. Sie wird detonieren. Ein Schaffen. Keine Zeit. Ich muss den Auslöser von der Bombe trennen. Jetzt. Ich glaub, ich soll da eigentlich stehen, oder? Braucht Deckung. Oder. A hand. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich glaub, die Katzin hat nicht damit gerechnet, dass wir im Atlas sind oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwo ist das falsch. Oh. Hi. Ich weiß es beim besten wenig, warum ich den mitgenommen habe. Hamster. What? Scheiß Kopf. Ernsthaft? Der macht mir meinen Hamster kaputt. Guten Tag. Let it snow. Let it snow. Let it snow. Ist das alles? Kein Rückzug. Vorrücken. Vorrücken. Geiler. Egal was man macht. Man kann es nicht verkacken eigentlich. Das meine ich jetzt nicht, ne? Aber ich meine, du kannst die Mission halt nicht viel schlagen. Du kannst dir so oft respawnen, wie du willst. Die Zeit ist vollkommen irre. Nein, nicht der, sondern den Wedel, oder wie der heißt. Nee. Nee, hab ich nicht mehr mit dabei. Achso, das da. Das da. Oh, ich hab ne Schriftvolle gekauft. Ich hab nicht besucht, um sie zu warnen. Aber die... Ah, ein Besucher. Verzeih meine Manieren. Ich habe gar nicht aufgeräumt. Und Kekse sind auch keine mehr da. Manchmal will man seine Dienstmarkt wirklich umbringen. Ach, hätte ich es doch beim Gedanken belassen. Ha, 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 ha. Ha, wie auch immer. Dieses dreckige Loch ist mein Zufluchtsort. Zumindest für den Moment. Die Söldner haben den Arsenalbezirk zugesperrt, weil dort sowieso nur die Banditen regieren. Katze, meine Anführerin, wartet dort auf mich. Also muss ich diese verfluchten Mistkerle loswerden. Und zwar schnell. Und du? Danke schön. Haben wir... Ich glaube das Schild haben wir... Und danke für die Rückmeldung. Ja, vorhin das Rauschen. Da hab ich ja dem Sorge, dass er dem... Dass auf Twitch er dem... Überhaupt nicht gut rüberkommt. Aber ich glaube das sollte trotzdem gut rüberkommen. Weil ich glaube die Bildrate ist in diesem Spiel sehr... Sehr niedrig. Weil sehr viele ist ja dem... Relativ große... Der ist lang genug da. Wenn du da hast, da ist drin und hängen bleibt dann... Und du hast fast nichts hast. Nee, nee. Ich äh... Cam den ja ab... Regelmäßig. Also da bleibt nichts... Hängen. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Aua. Alter, der tut weg. Aufpassen, Bogenschütze! Bogenschütze, tu ihn doch schon... Der ist hierhin teleportiert und jetzt sind gestorben. Na, Niski! Was ist das? Irgendwann auf Bogenschütze kommt der da zu Schnee. Meine Frisse. Kann ich doch nicht rausholen. Kann ich doch nicht rausholen. Eigenschaftspunkt. Uuuu. Ey! Aua! Okay, wo... Ist grün geleuchtet gerade. Okay. Okay! Alter! Halt! Oh! Das ist kaum nie gefahren! Was ist das? Ist das? Ja da. Lott? Ähm. Niski! Guck meinst du... Das musst du klippen! Ich seh's, wo der lang... Das musst du klippen! Okay, aus der Entfernung ist klar. Aua! Äh! Kevin! Ich reite! Ich reite! Ach nee! Ach gut! Ich... Drache! Verlieg uns und ich! Derb ich lieber nicht drauf. Ich will nicht sterben. Schokobrötchen bestätigt! Oh! Warte, was? Ja! Mein Traum! Ihr bleibt! Immer wieder! Jawohl! Zum Angriff! Mach mal ein Screen, Junge! Oh, ein Stream! Reicht? Oder noch ein bisschen... Oh Gott! Alter! Alter, die Pfeile, die haben perfekt drauf gepasst! Alter! Alter! Brrrr! Äh... 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 Oh... Oh mein Gott! 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 Glippt das bitte! Holy Shit! Danke! Mein Gott! Ich bin... Hhhhh... Schick dir ja wieder hoch, ist doch gut! Äh... 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 Was hast du getan, Hesky? Ich wüsste gerne, was das Spiel mir getan hat, Kevin. Ich gehe einfach oben lang, okay? Okay. Eigentlich wäre es echt schlau, sich ab und zu einfach mal töten zu lassen, wenn sie sozusagen... Ja, okay. Ich behalte die jetzt in Dauer. Woher soll ich wissen, dass ich das Loch nicht gesehen habe? Lochgötter brauchen ein paar Opfer, komm mal her. Los, komm zu mir. Jetzt mach was. Komm zu mir. Komm auf meiner Seite. Komm auf meiner Seite, der macht. Ich habe gesagt, du sollst ihn nicht abschießen. Warum schießt du auf ihn? Nein. Bye, 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 bye. Ich habe mich losgelassen, ich schwöre. Jetzt habe ich losgelassen gehabt. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe nichts gesehen. Warte mal. Hier, wer ist ein... Ernsthaft? Weil er ein Hund ist? Nein. Bisschen brutal. Brutal? Was denn? Ich habe gar nichts brutal gesehen. Warum sich denn roten Kreis? Ah, das sollte vielleicht das sein. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt habe ich mich erschrocken. Weil du an mir vorbeigelaufen bist. Und ich hatte Keinerkampf von rechts. Hier, den Gegner droht. Ja, du musst dich... Du leinst dich mit der Tür ab. Und da musst du es zu bringen. Wieso? Nö, du kannst einfach runterlaufen. Du bist... Du hast dich einfach nur nicht richtig... Äh... Ne? Ich habe mich direkt... Nein, hast du nicht. Du warst... Du warst viel zu weit rechts. Ich war bei mir mitten in der Tür. Nein, du warst viel zu weit rechts. Ich war bei mir mitten in der Tür. Ja, du warst trotzdem viel zu weit rechts, Kevin. Ah, das ist die F-Movies. Also... Einer der besten Kurzfilme, die es eigentlich gibt. Eher ist mal super. Oh Gott! Sait das viele. Oh nein! Ich werde gelasert. Ohohohohohohohohohoh. Wieso waren das so viele? Wieso waren das so viele? Skelette beim Tango tanzen. Oh, das habe ich bekommen. Was? Oh nein, ich habe mit weißer Farbe gemalt. Oh. Oh. Oh nein. Das ist langsam, das ist quälend. Das wäre... Alter. Das wäre quälend. Das wäre schon sterbend. Ja, aber quälend. Quälend sterbend. Alter. Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich hoffe doch. Boah, Alter. Aber wir überlebens. Ähm. Überlebens. Ja, das schon, aber... Ne? Doch, keine Sorge. Das reicht nicht. Doch, es reicht, Kevin. Ist er tot. Bei mir lebt das Ding noch. Der hat das Ding abgerissen. Der hat das Ding abgerissen. Lol, ach so, man kann die auch da drauf bauen. Der lebt doch nicht. Nein, bei mir nicht. Bei mir lebt. Bei mir nicht. Aber der hat das Ding schon wieder abgerissen. Hä? Warum lebt der bei dir noch? Weil der noch aller Pferd. Der rupt jetzt gleich unser Gold weg. What the fuck? Bei mir ist er tot. Aber der wird zerstört. Hä? Jetzt ist er gewalt. Hä? Kein? Oh, Alter. Okay, jetzt beim nächsten Mal. Okay. Beim übernächsten Mal. Beim Überübernächsten Mal. Beim Überübernächsten Mal. Beim Übernächsten Mal. Plus eins. Plus... Hier sind bestimmt auch Viecher. Ah, danke. Was war das denn jetzt? So, lege ich ihn jetzt ab? Lege ich ihn nicht 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 ab? Kevin, mach was gegen dich. Ich bin nicht effektiv gegen dich. Oh, oh. Hi. Sorry. Au, 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 au. Hi. Ich bin ausgewichen. Du solltest meine Attacke eigentlich kennen. Alter, ich, das gucke ich mir jetzt an. Ich gewisse. Das gönne ich mir jetzt. Ja. Ach, Mann. Sie ist halt einfach nur Kacke. Oder du bist Kacke, Kevin. Ich vermisse mein, äh... Okay, stand da bei dir auch kein Mensch mitten auf der Straße. Ach, danke. Kannst dich mal richtig erklären, wie wir es machen müssen. Oh, du kriegst ja hier keinen Schaden. Nö. Der bleibt auch hier. Ja, ist okay. Ähm... Okay, er hätte sonst jetzt Kevin... Okay, alles klar. She does. Die Take-Overs sind allgemein immer alle sehr leicht. Ja, komm, fangen wir da hin. Ähm... Ja... Willst du es mit einem Bugatti aufnehmen? Wenn ich sowas mal ablehne, weißt du, dass was nicht stimmt? Ein Kumpel von mir arbeitet bei einem Parkservice als Vallee. Der hat neulich mal einen Wagen ausgeworgt. Und ihn... So... Schauen wir noch mal. Hi. Ich bin jetzt hier, die Frist, dass ich sterbe. Oh nein! Warte. Nimm meinen wertvollsten Besitz als Zeichen meines Dams. Bin schon weg. Der große Hafen von Venedig ruft. Bier. Dein größter Besitz ist... Bier. Die kommen dann meistens nicht. Nein, nein! Ohohoho. Ohohoho. Okay, dann lesen wir mal die Nachrichten. Als was hast du da vorgearbeitet? Das ist geheim. Hm. Pornotoursteller. Hm. Wahrscheinlich sowas, was mit Tentis zu tun hat. Natürlich, hallo. Ich war Pornotoursteller vorher. Und dann wollte mich keiner mehr weinen Das ist ein Gesicht Es ist ein Moment, er wusste, er hat mich verletzt Und es ist... Oh, Spektraltränen Spektraltränen sind nett Gehen durch Gegenstände durch Was bist du denn? Oh Gott, wie... Alter Alter, wie sieht das denn aus? So ist es ja noch vollkommen okay Naja, relativ Aber... Oh Gott Steht da? 50% Chance für eine Münze, ne danke Oh mein Gott, schon schief gehen Oh Was seid ihr denn? Oh, ich bin so lahmarschig Oh mein Gott, was seid ihr denn für die scheiß Varianten Oh mein Gott Ohohohohoho Was denn... Die habe ich ja noch nie ge... Alter, okay, es ist okay, es ist in Ordnung. Oh mein Gott, war das knapp. Natürlich, ey... Und wir sollen mal... Sorry, ähm... Gott, vor fünf Minuten war das, es tut mir leid. Ich, ich nehme mich... Ja! Er nimmt das coole Schwert. Stecken. Schmeckt richtig tief rein. Ich kann das Blut schon riechen. Oh Gott. Edy, wie schnell werd ich fertig? Ich bin zu tot. Fuck! Ach, zwei, hast du bekommen? So, jetzt. Kaboom. Naja. Bombarden, Alter. Alle gehen gleich unter. Äh, sonst... Ich glaube, hier unten gibt es nichts, oder? Oh, das sieht fällig aus. Äh, ich wollte das nicht. Okay. Okay, da können wir noch nicht runter. Wir wissen noch Bescheid. Äh... Äh... Ihr habt das auch grad gesehen, oder? Machen wir da grad einen Blue Screen? Und zwar einer mit dem, wo der jemand in den Schreibtisch rumwirft. Was war das? Okay, ich verstehe nicht ganz, warum das... gegen Stumpf sehr effektiv ist. Ach, guck mal. Ah... Man kann unten drunter sehen. Ah... Sorry. Ob das beabsichtigt war, dass man da... Äh, ne... Als wäre da jetzt irgendwas modelliert oder so... Nein, nein, nein. Nein, nein. Habe ich nicht. Ihr habt keine Beweise. Wie fährt denn bei Hamut? Er ist gestorben. Hört auf zu mir haben und ich mache das so schnell wie ich kann. Zu sterben? Okay. Shepard, es war nicht Ihre Schuld. Ah, echt? Es geht nicht um Schuld. Ich sollte sie aufhalten. Kommt noch. Ich weiß nicht, ob ich's schaffe, Tali. Erde. Paladin. Tessia. Ich riskiere alles, um den Tegel zu bauen und weiß nicht mal, was er macht. Wieso entscheide ich alles? Noch irgendwas? Lebt der noch? Oh, Heilige. Jetzt. Das hat keiner gesehen, ja? Das hat keiner gesehen, dass ich durch so'n scheiß Loch reingefallen bin. Ja, rein, 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 rein. Autsch. Nein, schieß doch nicht auf. Mann! Warum musst du jetzt... Aaaaaaahhhh. Es wird eng. Kontrolliertes Feuer. Hehehe. Versteh schon, was du meinst. Wesker geheim. Was ist passiert? Jetzt wär's doch... Was ist gerade passiert? Aber es gibt auch schlimmere Bosskämpfe. Das Problem ist halt eben immer bei Bosskämpfen, was... Wie willst du die gestalten und so alles, ne? Kannst du... Ernsthaft? Weil er dich mit diesem scheiß Feuerball getroffen hat? Steckst du jetzt in dieser Animation fest? Ne, oder? Oder war da noch ein... Ja, okay, ne, bei der Gegner sind. Vielleicht auch deswegen. Einer lebt noch. Warte. Alter! Heißt der doch? Double Kill. Also, wortwörtlich Double. Ein Kill. So zeigt ein geiles Stückchen. Ja, ein Schuss. Hahaha. Es ist so bescheuert. Äh. Aber jetzt, ne, guck dir die Zeit an. Wie kurz das jetzt ist. Wie kurz diese Mission ist. Dreieinhalb Minuten einfach nur. Oh mein Gott. Ich hab beinahe... Ah, ich... Oh Gott. Ich muss überleben. Okay, hier ist der letzte Platz. Ah. Äh, sag das nicht zu früh. Wo bin ich? Wir sind zu viele. Was zum Kuchen? Oh, ich bin auf den Scheiß nicht klar. Nein! Hi, Mika. Jo. Ich bin in Schwarz reingefahren. Ja, Mika hat kleine Schlaganfälle. Die haben Deutschland gerade nachgefahren, Junge. Die letzten dreisten, die letzten eineinhalb Millionen Soldaten sind durch. Oh, oh! Nein! gut gespielt gleichfalls ich meine hatte ich nicht aufzug müsste heilung auf ja versuch mal zu zielen du brauchst nicht zielen zu zielen muss man nicht ja da weißt du warum man sich nicht heilen kann jetzt kann ich was machen das war gerade ein cut scene theoretisch die szene hat das komplett blockiert ja genau die anderen anderen fachstühle ging nämlich du hast nicht als übersteuert weil ich hätte doch immer sehr gerne bei so weiter dem dann laut werde es regt mich einfach auf es sollte nicht so sein es ist einfach so pure enttäuschung so richtig mit der fresse ins gesicht mit der faust ins gesicht und ich kann doch nicht darüber springen oder ich kann doch nicht darüber springen oder also gut gehen wir endlich bin hinter ihm scheppert alter mein herz ja 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 das das war jetzt zu viel tempo wenn ich es gibt keinen fahrstuhl mehr ähm tschüss Willst du verarschen? Was kann doch jetzt aber wahr sein? Es ist wie ne... Kein Problem. Was? Ich hab am höchsten geworfen? Wow. Ich hätte ne 7. Premiere. Jaja, gut. Jaaa, 3-6 in der Luft. Ich? Jaaa. Jetzt hat er doch von der Wohnung mitgenommen. Also ein Bein hat er schon mal nicht mehr. Bitteschön. Ja. Erinnert mich jetzt irgendwie an Ritterter Kokosnuss. Nur, dass er noch keinen Kopf mehr hat. Ja, das stimmt. Ja, man kann drauf treten. So lange bis halt die ganzen Körperteile weg sind. Jajajajaja Jaa. Jaaa. Jaa. Jaa. Also ich weiß jetzt nicht was da los ist. Jaa. 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 Also der Raum steht, der Rest ist nur die Sache. Also du hast nur gesagt, dass die Spülung im Arsch ist. Das heißt nicht, dass das Klo noch steht. Warte, die Spülung im Arsch tut das nicht weh. Der hat mir ein neues Ding eingebaut. Er hat dir ein Ding eingebaut. Oh, okay. Ich weiß nicht, was er noch genau eingebaut hat. War mir auch egal. War es in der Narkose? In der Abdeckung. In der Abdeckung muss er so einen Splitt hin, damit der Noppen, der quasi den Drücker wieder zurück schiebt automatisch. Müsst ihr dann da quasi wieder dazwischen. Den hat er verschlammt und sagt, kann sein, dass ich den auszusehen im Club runtergespült habe. Und ich stehe da und sage, will er nicht verarschen. Weißt du, ist Handwerker, Gast, was das scheiße Typ und verschlampt irgendein Ersatzteil. Der ist quasi drei, viermal weggefahren, um das Ersatzteil zu holen. Das war ein bisschen unfair. Alter! Oh! Oh! Ah, das war unfair. Wenn man daneben zielt. In der Reine meiner Gegner. Ah! Das ist die Frage, haben die überhaupt noch in der Reine, ne? Hä? Was ist so geil, das ist gerade passiert? Hier wäre er. Er zockt mir den Magneten ab. Nein! Das war sehr nett, dass du sie nicht mir abgezogen hast. Damit du mich nicht abziehst. Wow! Zieh dich ab, damit du mich nicht abziehst. So verdienst! So verdienst! Schön! Um also nur die Preis für die Packung zu holen. Ähm. Was zum Fick ist gerade passiert? Feuerwerk. Hä? Guck mal bitte in den Stream. Oh ja, tschüss. Hä? Whisky fliegt irgendwo durch die Map. Ich bin... Hä? Kann das bitte ich mal klippen, wie ich da einfach rausfliege? Dankeschön. Ähm. So schwer! Ja. Neckrod, mach du das mal bitte mit dem Klippen. Wenn ich hier noch... Gelände Kuhn. Oh, du. Oua. Schau mal, die Paddeln! Ich klebe am Stuhl. Schön. Wow. Ab jetzt müssen wir vorsichtiger sein. Alter! Alter, was passiert? Was passiert mit meinem Auto? Was... Was war das? Kann das jemand bitte klippen? Oh mein Gott! Aha, also, äh... Oh, es ist wie ein Flieger, weil die sind neustisch. Bei den meisten Streamer bin ich dann dem meistens auch selber dann am Spielen. Und zum Beispiel, wenn Hannes spielt oder so. Dann spiele ich manchmal auch. Also, wenn man von Teufel redet. Ich wusste gar nicht, dass Hannes, dass du gestreamt hast. Das ist okay. Auf Stichwort, ja? Nein, was machst du? C drücken. C drücken wollte ich machen. Das war eine Akupunktur, die hat sich gelohnt. Die Akupunktur. Warte mal. Äh. Es ist der Unsichtbarkeitsmantel aus Harry Potter. Der in Wirklichkeit ein Greenscreen einfach nur ist, ne? Von der Innenseite. Kommander, ich empfange Funksprüche von den korganischen Truppen auf dem Planeten. Ich glaube, ich habe die Katzins zerstört. Von der westlichen Cerberus-Truppen. Zum Glück musste ich die Korgane nicht über die Sektion. Oh nein. Sie sind sicher rausgekommen? Es klang so, als wäre es da unten ziemlich übel gewesen. Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Bimarchen war auch darunter. Verstanden, Commander. Joker Ende. Ich weiß nicht, wie oft ich gesehen habe, dass Freunde für eine Sache alles riskieren. Wie der Lieutenant für uns gestorben ist. Für seinen Zug. Das geht mir schon sehr nahe. Ich habe die Katzins zerstört. Das ist geil. Diese Assassinen gehen auch immer um. Sie sind Angehörige eines alten Ordens aus dem bösen Osten. Hey, hey, hey. Mein Vater kommt auch aus dem bösen Osten. Ja, aber gehört wohl kaum zu den tödlichen Dervischen. Zumindest hat er nichts davon gesagt. Wenn ihr Herr es ihnen befehlt, stürzen sie sich in Schluchten, nur um ihre Loyalität zu beweisen. Auf was hast du zu bieten, Grab? Nichts. Ich weiß nicht. Mit der. Ich habe da vorne eine Kiste gesehen, die will ich mir holen. Die hat nicht weiter fliegen. Die Mönche haben Eridium in die Gräber getan, damit die Toten im Jenseits was zum Ausgeben haben. Wir zahlen es später zurück. Also, wenn wir nicht auch tot sind. Ähm. Okay. Das ist nicht gelohnt. Wo bin ich hier? Bei dem einen Kraftwerk bei mir hier und her dancen. Hahaha. Das sieht dann lustig aus. Hahaha. Ach da. Pfff. Einheit bereit. Ja, du konntest... Ähm. Ich hatte bei mir nichts in der Hand. Spielen? Okay. Ey, das spieldeck gerade ein bisschen. Hä? Hä? Ey, was ist denn gerade in dem Spiel? Also irgendwas hat das Spiel bei mir gerade kaputt gemacht. Die Farben wechseln bei mir immer noch durch und so alles. Also durch die Animap. Ja, das ist nicht gut. What the fuck? Schenke ich dir. Danke. Stellt euch dieses... Diesen Screen jetzt für eine Stunde lang vor. Es regnet nicht. Wirklich so schlecht. Es wird immer angespannter. Wir können nicht mehr lange dranbleiben. Ähm. I believe I can fly. Dieses Arschloch fährt wie ein Henker. Mach das mal nach. Ja, aber ganz ehrlich. Beim letzten Minispiel brauche ich gar nicht versuchen gegen Hislind. Es kommt doch gar nichts mehr. Es kann nicht knicken. Es kommt doch auch nichts mehr. Ja. Eben, es kommen nur noch die Awards. Ja. Ja, die verliere ich. Da kriege ich auch nichts. Geh, geh. Mit Anlauf die Treppe rauf. Diese Heilfetischisten. Naja, besser als wenn du mir wegstuckst. Alter. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich meinte, es ist eine Schande, dass ein so hübsches Mädchen wie du gar keinen richtigen Beschützer hat. Also keinen richtigen Mann. Aber die Rondrianer passen doch auf uns auf. Das sind doch große Krieger. Nicht wahr, Borak? Auf jeden Fall. Weißt du, du bist etwas ganz Besonderes. Ich drück nur S, ne? Doch einen ganz besonderen Beschützer haben. Ach, das ist so lieb von dir, Borak. Aber ich kenne doch so wenige Leute. Wusstest du denn jemanden? Ja. Bei mir ist einer Blonde. Nein, 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 nein. Oh, war das knapp. Danke. Oh, wie lucky war das denn? Scheiße. Oh mein Gott. Welche Idee? Vielleicht ist an der Werkstatt Käm was dran. Wenn ich live unter die Motorhaube gehe und dann das ganze Öl. Um Himmels Willen. Bitte nicht. Ich frage mich, ob es Heiserritt.com schon gibt. Google, das bloß nicht. Die Frage ist jetzt wirklich, gibt es das? Jetzt muss ich gucken. Mit Doppel S war das, ne? Heiserritt.com Wow. Okay. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Super, ich bin ja schon fast tot. Wenn sie golden sind, sind sie oben. Wenn sie silber sind, sind sie unten. Und ich bin... Docken, springen, springen. Und ich bin weg. Du meinst, du meinst Rackdoll. Ja, Rackdoll. Das finde ich klasse. Oh fuck. Verdammt. Alter, Mika. Mika! Dark Souls-Profi hier. Sekiro. Alter, wie? Wie? Man schafft es auch einmal durch, aber das ist ultra schnell. Wie? Ich glaube, seine Pumpen gingen jetzt ganz schön. Herzlichen Glückwunsch. 5 Sekunden waren das nur noch. Dein Herzschlag von 0 bis 100? Frag mich nicht über den Herzschlag. Frag mich nochmal in den Augen. Die sind trocken. Wart mit. Ich weiß nicht wie. Oh mein Gott. Zwei ultra gute Items. Aber wie funktioniert das jetzt? Oh mein Gott. Ja, gut. Ach, dann nehme ich Death Touch nicht mit. Das Leben ist mir vielleicht doch ein bisschen wichtig. Oder? Ja. Und, äh, hi, schau. Oh, hier ist noch ein blaues. Hier ist ein blaues. Bitteschön. Extra genug für dich geschluckt. Ist doch echt doof, durch die in die Mitte anzugreifen, ne? Durch die Senkstelle. Oh mein Gott. Mal sehen. Mal gucken. Feuer hat. Haltet die Linie. Das ist Sparta. Äh, China. Das ist nicht Sparta. Schieb. Hm. Passt durch drum. Äh. Au. Für die Erfahrungspunkte. Ja. Das ist doch eingelaufen. Doch, um mich zu heilen. Also ich würde dir die Erfahrungspunkte holen. Ich bin erstaunt, dass ich noch keine einzige Mütze, Mütze, ich habe noch keine einzige Mütze in meinem Zimmer. Keine einzige Mütze? Ist der jetzt ernst? Habe ich ihn getötet vorher? Oder er ist ja ausgewichen? Ich habe mich müßt... Was ist denn das denn? Das ist mein Raketenwerfer. Ich habe mich selber hochgesprengt. Ei, 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 ei. Wir haben ihn weiter gar nicht so weit weg. Das wäre geschafft. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Genau. Ja. Ja. Ja, zopp. Langsam... Wie... Okay, wie geht langsam husten? Definitiv. Ich habe nichts bekommen. Keine Kisten? Doch, aber ich habe nichts Artefaktmäßiges bekommen. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Lol. Ich habe erst mal, wie wenn ich schaue, wo ich komme. Hast du das auch gesehen? Ja. Oh mein Gott. Kannst du bitte das nicht klippen oder so? Oder warte, ich mache das. Oh mein Gott. Ähääh. Achtung, rechts runter. Ähm. Ich meinte das nicht wortwörtlich, Auto. Aber okay, es war gut. Au. Sag doch, was schadet, dass ich kein Leben habe. Habe ich schon nicht gesehen. Ja, guck hin. Ich habe keinen Mana mehr. Ja. Guck mal, hinten haben wir den Code drauf. 650782. Äh, ist das eine Tomate? Nein, das ist keine Tomate. Lass mich eine Tomate. Ich schwöre. Ich schwöre, ich habe da eine Tomate gesehen. Mit individueller Beschriftung. Ja, mit individueller Beschriftung, aber nicht das, was man dazu tragt. Deswegen soll man, deswegen kann man ja was dazu schreiben. Ups. Jetzt steht bei dir ein Hut drauf. Bis dann hast du es ihn. Nee, bis dann habe ich es eh vergessen. Musst du, wenn eine Frau dir erzählt, wenn eine Frau dich fragt, darf ich ihm wachflachwitz erzählen, angucken, auf die Brüste gucken. Meinen, sind die Dinger da? Das kann schon gemein sein, ne? Ah. Ähm, auf jeden Fall, wie mein Freund erzählt. Diese Absturzstelle ist ein Atom. Edi, versuchen Sie, Lieutenant Victus zu erreichen. Ja, gut, Sir. Dein Papa wird Primarch und schickt dich auf eine Geheimmission? Das nenne ich Erfolgsdruck. Commander, ich muss in einiger Entfernung von der eigentlichen Absturzstelle landen. Und besser geht's nicht. Ich will nicht, ich habe Angst. Ah, zieh mich. Ich trinke mal kurz was. Ich gehe mal kurz aufs Klo, ja? Komm jetzt. Geht ohne mich, geht ohne mich. Komm jetzt. Geht, 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 geht. Da fehlt noch der dritte Tor. Ja, richtig. Richtig. Oh. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Einmal 11 gedrückt. Okay, man muss so gegengelaufen, dann tut es schon weh. Ah, du bist gegengelaufen? Warum machst du sowas? Gegenseitig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat den drückt. Hätte er gehört. Hallo. Alter, hoch zu werden. Willkommen. Ah, Panzer. Nein. 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 Bitte sei nicht stark genug. Sollte eigentlich nicht stark genug sein. So, aber jetzt heißt es Puckebälle werfen. Ich habe 100 Überbälle. Ob das reicht? Naja. Bam! Mit dem ersten Ball. Ah, schön. Ist er 30 mit dem Fiend? Ich bin tot, du Arsch. Ja, ich bin tot. Okay, das war gut. Warte mal. Wo habe ich denn einen Nachbarn? Hi. Ah, da bin ich mich erschrocken. Ah, ich dachte nicht, dass der Knaller bei der Hand hochgeht. Und Schiepi, schläfst du schon? Schiep, schiep, schiep. Schiep, 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 schiep. Schiep, schiep, schiep. Nö, okay, gut. Schade. Das hätte jetzt gut gepasst. Ab 7000, Alter. Ich komme nicht mal durch die Tür. Ich bin ja eingesperrt. Ich bin ja eingesperrt. Jetzt aber. Ich habe mich eingesperrt. Oh, ich bin durchgekommen. Und diese Heilfetischisten. Naja, besser als wenn du mir wegstuckst. Alter. Was für ein Lack war das denn jetzt, den zu treffen, nur zu wissen, dass da einer ist. Oh nice, das war geil. Kevin gegen Mika. Wenn Mika gewinnt, ist Mika 1.1. Das ist nicht gut. Wie geht das hier? Frocker. Durchrennen. Durchrennen, ohne getroffen zu werden. Ach so. Sag ich ja, Frocker. Schafft mir nichts. Ey, die sind so gut. Ey, Kevin wurde bei mir schon so oft getroffen eigentlich. Hm, bei mir auch. Ja. Aber überhaupt, Alter, seid ihr gut. Wieder Rhythmuspiele gewohnt. Ja. Chelly, entweder sind die gut oder du schlecht. Wieso? 6-6. Junge. Als wir das schon mal gespielt haben, war ich gar nicht schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich glaube, ich habe damals sogar gewonnen. Aber, äh, das heißt halt nichts unbedingt. Hast auch wieder recht. In Witcher 3 stirbt man... Oh Gott, Witcher, geh weg mit Witcher 3. Da stirbst du, wenn du von einem Stein runterfällst. Von einem 5 cm hohen Stein. Du brichst dir sämtliche Knochen... Falschhaden in Witcher ist immer schlimm. Deswegen habe ich mir da eine Mod geholt, die den Falschaden, äh, ne, wegmacht. Genauso. Spiel. Willst du mich verkackeiern? Bitte. Ach, du schon. Oh, ich sag... Oh Gott. Äh, du weißt? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich nach oben fliege. Oh Gott, nein. Oh Gott. Ja, gleich. Bei dir. Ach so, du bist da draußen noch. Ich wollte noch mal kurz Wasser holen und, äh, kurz rauchen. Und gleich wieder da. Was war das denn? Lass da. Dann verletzt du dich erst mal selbst? Ich habe mich... Das war da nicht mehr absichtigt. Das ist... Das ist ja mal... Oh, die sind cool. Ich habe keinen Schaden, glaube ich, dadurch bekommen. Ich habe keinen Schaden, glaube ich. Das ist cool. Ja, Gott. Oh, man kann nur eine maximale Anzahl haben. Oh, das. Äh. Oh, Leute. Ich kriege Eiltmetall raus. Oh, das hat keiner gesehen. Das ist eigentlich nur ein netter Nebeneffekt von der Kondition heute eben. Ich mache die Kondition nur wegen der Ausdauer. Uh, 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 uh. Tschüss. Dann wäre ich wieder zum Uhu, Alter. Wieso? Ja, wegen der Cannon. Die hat funktioniert. Aber hey, das geht auch hier mit. Oh, Alter. Oh, Gott. Tschüss. Tschüss. Wo kommt die denn her? Ich habe eine neue. Habe ich auch. Und ich habe das hier. Was? Oh, nein. Wir haben das wirklich in der selben Sekunde. Oh, Gott. Da kommen sie. Jö. Gott, da kommen sie. Also, wenn wir da rausgehen und alles ist weiß, wissen wir Bescheid, ne? So in etwa. Oh, Gott. Ist das alles weiß.